Ob AK-47, MP7 oder M16, X-Defined hat super viele Waffen, die extrem gut funktionieren. Und im heutigen Video möchte ich dir zeigen, welche Klassen sich am besten auch in schwitzigen Situationen in X-Defined eignen. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Freunde. Heute gehen wir in ein richtig tiefes Klassen-Setup. Ich werde euch mal komplette Klassen zeigen, fünf Stück an der Zahl, um euch so ein bisschen von allem etwas zu bieten, damit jeder Spieler mit jedem Playstyle so ein bisschen auf seine Kosten kommt. Außerdem werde ich euch heute zeigen, welche Sekundärwaffe ich mitnehme, wie ich sie ausgerüstet habe und welche Granate ich in welcher Klasse benutze, um immer perfekt für die Situation vorbereitet zu sein. So, da sind wir auch schon im Game angekommen. Wir fangen heute einfach mal mit der M16 an. Es ist meine absolute Lieblingswaffe. Ich habe euch auch schon ein Klassen-Setup zu der Waffe hochgeladen. In diesem Video werde ich euch allerdings eine andere Klasse zeigen, beziehungsweise eine leicht abgewandelte. Hier aus dem letzten Klassen-Setup-Video ist nach wie vor aktuell, aber man kann ab und zu mal so ein bisschen rumprobieren, um zu schauen, was einem am besten gefällt. Und das habe ich auch hier mit dieser Waffe getan. Im Hintergrund werdet ihr übrigens immer mal wieder ein paar Clips von den Waffen sehen, um nochmal zu sehen, wie die abgehen und ob das etwas für euch ist. Bei der M16 spiele ich aktuell die Mündungsbremse. Das ist so ein bisschen etwas, um den Rückstoß auszugleichen. Ja, wir wollen, dass der Burst wirklich komplett in die Gegner reingeht und wir den größtmöglichen Schaden verursachen können. Deswegen hier ein bisschen horizontale Rückstoßkontrolle. Die Reichweite juckt uns tatsächlich nicht ganz so doll. Wir können bei den detaillierten Werten schauen. Wir verlieren hier bei dem 24er Schadenwert und bei dem 21er Schadenwert jeweils ein Meter, beziehungsweise zwei Meter. Das ist wirklich nicht die Welt. Da kommt man mit klar, das macht nicht wirklich was aus für die Waffe. Auch der zweite Aufsatz ist in dieser Klasse ein Rückstoßaufsatz. Das heißt, diese Klasse ist auch für jemanden gut geeignet, der vielleicht nicht so die perfekte Rückstoßkontrolle hat. Wir haben nämlich den taktischen Griff drauf, der uns ein bisschen Rückstoß-Zurücksetzung gibt und ADS-Geschwindigkeit, was das Ganze nochmal ein bisschen schneller im Visier macht, aber uns auch nochmal richtig schöne Rückstoß-Zurücksetzung gibt. Das Reflexvisier darf natürlich auf einer Burstwaffe nicht fehlen. Ohne ist das einfach meiner Meinung nach absolut nicht das Gleiche und so ist es richtig sexy spielbar. Beim Magazin habe ich das saftig, knaftige, rasches Magazin mit dabei. Es ist einfach geil. Es ist geisteskrank geil. Es macht unfassbar viel Spaß, mit dem raschen Magazin zu spielen. Probiert es aus. Ihr ladet unfassbar schnell nach und habt ein bisschen größeres Magazin. Es lohnt sich absolut. Und als Hintergriff haben wir den Stoffgriff dabei. ADS-Geschwindigkeit, ADS-Stabilität. Mehr brauchen wir nicht. Dann ist sie noch stabiler, noch schneller im Aim. Und das ist wirklich ein richtig saftiges Setup, was man auf dieser Waffe gut zocken kann. Jetzt kommen wir zu der Sekundärwaffe in meinem Klassen-Setup. Ja, das Ganze werde ich jetzt nicht in jeder Klasse neu zeigen, weil es ist immer dieselbe Waffe. Ihr seht auch, das ist eigentlich mit die einzige, die ich bis jetzt wirklich richtig gespielt habe. Die M1911. Absolut coole Pistole. Mit einer relativ hohen Feuerrate. Also man kann sie recht schnell triggern. Und auch echt sehr, sehr guten Schaden. Auf der spiele ich einmal die Laufverlängerung, damit wir ein bisschen mehr Reichweite haben. Hier können wir auch sehen, wir erhöhen hier auf der 24er-Schaden-Reichweite den Schaden um zwei Meter. Und hier bei 30 Schaden den Schaden um einen Meter. Also das ist echt nochmal ganz cool für eine Pistole. Und ihr seht es hier schon, bis zu 10 Meter. 30 Schaden pro Kugel. Absolut insane. Absolut geil. Das sind ein Headshot und zwei Oberkörpertreffer. Und dann ist ein Gegner tot. Absolut geil. Als zweiten Aufsatz haben wir hier das erweiterte Magazin mit dabei. Wir nehmen hier nicht das rasche Magazin, weil wir ein bisschen mehr Kugeln im Magazin haben wollen. Und das bringt uns das rasche Magazin hier nicht bei dieser Waffe. Deswegen erweitert es. Damit fahrt ihr gut. Damit habt ihr, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse es sind. Ich glaube, ihr habt 15 Schuss. Absolut geil. Nehmt das mit. Das ist absolut gut für die Waffe. Beim Hintergriff haben wir wieder schnell ziehen mit dabei. Brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Wir wollen einfach schneller vom Sprinten und allgemein ins ADS reingehen, um mit der Pistole direkt reinzugehen. Probiert die Pistole auf jeden Fall mal aus. Ihr müsst sie euch allerdings freischalten. Hier seht ihr, wie erziele 4 Kills aus kürzester Distanz mit Sekundärwaffen unter 5 Meter. Das heißt, ihr nehmt euch eine Pistole und macht auf absoluten Nahkampf 4 Kills. Und dann habt ihr die Waffe. In dieser M16-Klasse habe ich eine EMP-Granate dabei. Viele fragen sich jetzt vielleicht, warum hast du genau in der Klasse eine EMP-Granate dabei? Es ist ziemlich leicht. Ich gehe auf lange Distanzen. Oft gibt es Phantom-Spieler im Gegner-Team. Die schießen ihr Schild vor sich und schon bist du gekontert. Du kannst nichts mehr machen. Du kannst ihn nicht treffen. Du musst das Schild kaputt schießen oder musst ausweichen und wen anderes fighten. Damit wir das Problem nicht haben, werfe ich direkt einfach eine EMP-Granate, wenn ich auf Range sehe, dass da ein Schild ist und gehe kurze Zeit später einfach in den Gunfight, weil der Gegner wird es nicht so schnell checken und sein Schild ist auf einmal weg. Er fühlt sich sicher, ist er aber nicht. Und ihr könnt ihn ganz normal fighten. Deswegen in einer Long-Range-Klasse für mich eine EMP-Granate unverzichtbar. So, kommen wir zur MP7, Freunde. Eine Waffe, die vielen von euch Spaß macht, die absolute Meter auf Nahkampf ist beziehungsweise auf mittlere Nahkampfdistanz, sage ich mal. Hier seht ihr, wie ich sie spiele. Ich spiele sie mit dem Chrom-Überzogen-Lauf, um wirklich hier ein bisschen mehr Reichweite rauszuholen. Ihr seht, bei der Waffe lohnt sich das auch wirklich. Wir bekommen den 11er Schaden bis auf eine Reichweite von 24 Meter anstatt 19 Meter. Zusätzlich bekommen wir die 19 Schaden auf 19 Meter und nicht auf 15. Das sind 4 Meter und hier 5 Meter Unterschied. Das ist wirklich viel. Und das solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Man kann sogar theoretisch noch bei der Mündung für die Laufverlängerung gehen, um das Ganze nochmal zu verbessern. Allerdings passt das in meinen Klassen-Setup nicht ganz so rein. Und auf die Distanz müssen wir auch nicht unbedingt gehen. Beim Vorderlauf spielen wir den kleinen und vertikalen Griff. Das ist super wichtig, damit wir uns einfach schneller im Aim bewegen. Ja, dass ihr von links nach rechts schneller euch bewegen könnt. Und auch schneller ins Aim reingehen könnt. Die Minussachen hier übrigens handeln sich nur ums Hipfire. Hipfeiern wollen wir sowieso nicht, deswegen ist das komplett egal. Auch hier habe ich es wieder mit dabei. Das rasche Magazin. Glaubt es mir, Leute. Es ist ein Reload-Speed. Der ist unfassbar. Es geht so schnell. Ihr könnt sofort wieder in den Fight. Es macht einfach nur Laune. Beim Hintergriff habe ich wieder den Stoffgriff dabei. Für ADS-Geschwindigkeit und ADS-Stabilität. Damit wir das Ganze, was wir haben wollen, eine sehr schnelle Klasse, nochmal boosten können, schneller ins Visier gehen können. Absolut easy. Und beim Schaft nehmen wir den entfernten Schaft. Ja, der gibt uns zwar viel mehr Recall, was man allerdings nicht so doll merkt. Dafür bekommen wir aber 20% Sprint-Schießzeit. Also wir können wirklich aus dem Sprint viel schneller schießen. Und wir bekommen zusätzlich noch 5% Bewegungsgeschwindigkeit im Allgemeinen. Das heißt, wir kommen noch schneller über die Merp. In dieser Klasse spiele ich eine Haftgranate. Ja, eine Seven-Tags. Da könnt ihr auch wieder bei den Herausforderungen schauen, wie ihr die freischaltet. Ich glaube, ihr müsst irgendwie 50 Leute oder so mit einer EMP treffen oder mit einer Stun. Das ist jetzt nicht allzu schwer. Die habe ich mit dabei, weil das einfach eine schnelle Klasse ist. Eine Sem-Tags ist schnell geworfen, schneller als eine Frack-Granate, explodiert schneller. Ich möchte, wenn ich kurze Wege laufe oder mich ein bisschen hinter Wegen verstecke und Gegner hinter mir habe, schnell eine Sem-Tags auf den Boden werfen, damit vielleicht derjenige, der mir hinterherläuft, da reinrennt. Ist so ein bisschen so ein Geek-Shit hier. Aber das macht es auf jeden Fall so ein bisschen aus. Da könnt ihr halt einfach schnell eine Granate werfen. Habt nochmal so ein extra Tool, um vielleicht den Kill rauszuholen. Als dritte Waffe habe ich meine geliebte AK. Ich liebe diese Waffe. Sie macht unfassbar Spaß. Viele von euch haben das Klassen-Setup-Video zur AK gesehen und sie ist ein wahres Biest. Ja, sie killt schnell. Wir können uns mal die Schadenswerte anschauen. Wir haben hier auf 29 Meter 22 Schaden. Die schießt schnell. Es macht unfassbar Spaß, mit ihr zu zocken. Man hat absolut gutes Movement mit der. Der Schadens-Drop ist halt nicht so doll. Wir haben auf 43 Meter immer noch 20 Schaden, was sie zu einem absoluten Biest macht. Selbst auf weitere Range brauchen wir 5 Schüsse für jemanden mit 100 Leben, wenn wir den normalen Schaden machen. Der obere Oberkörper und der Kopf haben allerdings noch einen Multiplikator. Das heißt, dort machen wir sogar noch mehr Schaden. Das kracht komplett rein. Wir spielen hier eine Laufverlängerung, um wieder unsere Reichweite zu boosten. Ein Schnellfeuerlauf, um die RPM hier zu boosten. Also die Feuerrate von 600 Kugeln pro Minute auf 630 Kugeln pro Minute. Das ist so dieses kleine Ding, das kleine oder feine Ding, was den Unterschied macht, um einen Gunfight gegen eine Waffe zu gewinnen, die vielleicht eine schnellere Feuerrate hat. Hier beim Vorderlauf spielen wir den lederumwickelten Handgriff, damit wir ein bisschen mehr ADS-Bewegungsgeschwindigkeit haben und mehr ADS-Stabilität. Da ist wieder der Strafe-Speed das Wichtigste, dass wir quasi von links nach rechts und schnell bewegen können, um schönes Movement zu haben. Dasselbe gilt für den Hintergriff. Da haben wir quasi dasselbe, nur beim Hintergriff den Ledergriff. ADS-Bewegungsgeschwindigkeit, um noch schneller von links und nach rechts sich zu bewegen. Absolut geiles Ding, probiert das aus. Und zu guter Letzt den Schaft, den leichten Schaft, um das Ganze nochmal zu boosten und nochmal ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit zu haben. Ihr merkt schon, die Klasse ist auf Mobility gebaut, aber glaubt es mir, die ist nicht unpräzise. Die macht Spaß und wird sie aus. Absolut geil. Ich habe bis jetzt nur gutes Feedback von euch bekommen. Mega klasse. Hier spiele ich auch wieder die EMP-Granate. Ich habe es euch eben schon erklärt. Es ist wieder eine Long-Range-Klasse und deswegen habe ich lieber gerne die EMP dabei, um die Schilder schnell zu zerstören, um einfach die Leute zu überraschen und den Gunfight nehmen zu können. Als nächstes habe ich zwei sehr schöne Klassen für euch. Ja, für die beiden Klassen, beziehungsweise für die Vector, habe ich auch noch kein Video aufgenommen. Es wird allerdings diese Woche noch kommen. Es wird allerhöchste Zeit. Diese Waffe ist im Nahkampf, im absoluten Nahkampf, die beste Waffe, die ihr spielen könnt. Ich habe da im P90-Video ein bisschen Schwachsinn gelabert. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie habe ich da irgendwas Falsches gelesen auf Twitter oder so. Das hier ist das absolute Short-Range-Beast. Werde ich dann aber auch im Video nochmal klarstellen und euch erklären. Also ihr seht es hier. Die hat einfach eine tausender Feuerrate. Ja, die schießt tausend Kugeln in der Minute. Das ist komplett geisteskrank. Ihr könnt im Nahkampf auf bis zu 14 Meter mit meinem Klassen-Setup gegen diese Waffe eigentlich nicht gewinnen. Die macht 19 Schaden und schießt tausend Kugeln in der Minute. Das ist absolut geisteskranke Time-to-Kill. Damit hat man fast eine Time-to-Kill wie in COD. Absolut brutal. Wir spielen hier den Chrom-Überzogen-Lauf, um wieder mehr Reichweite zu bekommen. Deswegen können wir halt, wie gesagt, auf bis zu 14,19 Meter Schaden machen. Wir benutzen wieder den Leder-Vorderlauf, um wieder die Bewegungsgeschwindigkeit im Visier zu boosten. Natürlich mein allzeit geliebtes, rasches Magazin, Freunde. Absolut Schmuckstück. Absolutes Schmuckstück. Stück. Absolutes Schmuckstück, Freunde. Beim Griffband spielen wir hier den schweren Griff, um ein bisschen mehr ADS-Reaktionskontrolle und horizontale Rückstoßkontrolle zu bekommen. Weil sonst wird die ein bisschen schwierig zu kontrollieren. Und bei Schaft spielen wir schaftlos, um wieder schnell ins Visier zu kommen und noch mehr Bewegungsgeschwindigkeit zu haben. Glaubt es mir, diese Waffe sollte eigentlich sehr unpräzise sein. Aber sie ist wirklich auf die Range, auf der wir sie spielen, extrem präzise. Sie macht unfassbar viel Spaß. Und damit werdet ihr auf Nahkampf, auf kleinen Maps eure Gunfights immer gewinnen. Vertraut mir. Hier habe ich eine Splittergranate dabei. Hat keinen weiteren Grund. Ich habe die da drin einfach gespielt. Manchmal mag ich es, eine Splittergranate zu spielen. Ihr könnt sie in der Hand halten. Ihr seht den Balken. Eins, zwei, drei. Wie lange sie quasi am Kochen ist. Und könnt sie dann im richtigen Moment schmeißen, um den Gegner damit zu überraschen. Ist auch cool, um das irgendwie hinter Schilder zu schmeißen. Deswegen, die habe ich hier dabei. Kann man aber auch x-beliebige andere Sachen, wie Haftgranate oder EMP, würde ich jetzt noch sonst mitnehmen. Probiert es aus. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Geheimtipp. Die M249 ist aktuell mit einer meiner Lieblingswaffen. Es ist quasi in Warzone die Druhen. Es ist ein sehr mobiles LMG. Man muss sie ein bisschen weit leveln, um die Aufsätze zu haben. Also man braucht sie, glaube ich, auf Level 42 oder 43. Und dann wird sie massivst krass. Wir haben den Schnellfeuerlaufen mit dabei. Wir schießen hier tatsächlich 630 Kugeln die Minute. Wir haben eine 23 Schaden auf 27 Meter, 20 Schaden auf 37 Meter. Absolut geil. Und immer noch 18 Schaden auf bis zu 300 Meter. Reflexvisier ist mit dabei. Das Ironside ist okay. Reflexvisier macht aber einfach mehr Sinn. Rasches Magazin. Freunde, es ist ein LMG. 60 Schuss im Magazin. Und zack, zack, ist das Nachladetempo. Es ist krank. Spielt es? Es macht einfach nur Fun. Schnell ziehen, um schneller ins Visier zu gehen. Aus dem Sprinten und allgemeinem ADS. Und den Leichten schafft, um uns wieder schneller zu bewegen. Und ein bisschen mehr Bewegungstempo zu bekommen. Das Ding ist immer noch saupräzise. Und killt wirklich eigentlich immer mit 4 bis 5 Schüssen. Es ist unfassbar krank. Und auch hier habe ich wieder die EMP-Granate dabei. Aus dem vorhin genannten Grundschilder zerstören. Leute stören. Die können auch ihre Fähigkeiten nicht einsetzen. Und so weiter und so fort. Wenn euch das ganz gefallen hat, lasst sehr gerne positive Bewertungen da. Und schreibt mir in die Kommentare, welche Waffe ihr aktuell am liebsten spielt. Das würde mich sehr freuen. Und lasst auch gerne ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Und haut rein.